So vergleichen Sie PDF-Dateien. Öffnen Sie die kostenlose Webseite Draftable über den Link in der Infobox. Auf der Webseite können Sie nun mittels Drag & Drop Ihre PDF-Dokumente hochladen. Klicken Sie dann auf den Button Compare, um den Vergleich zu starten. Achten Sie aber darauf, dass die Webseite nur einen Upload von Dateien mit einer Größe von bis zu 10 MB und maximal 300 Seiten erlaubt. Sämtliche Unterschiede der beiden Dokumente werden Ihnen nun rot markiert angezeigt. So sehen Sie gleich auf den ersten Blick alle Änderungen.